Die Hinterbliebenenrente, im Volksmund auch Witwenrente genannt, steigt und bringt für Millionen Rentnerinnen und Renten eine Erhöhung. Klingt erstmal gut, doch wer profitiert hier wirklich und was ändert sich konkret? Wenn dich das auch interessiert, unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, nach einem ganz kurzen Intro geht's dann auch schon los. Du weißt es, auch für hinterbliebenen Rentner stehen Änderungen bevor. Ab dem 1. Juli können sich rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner auf eine Erhöhung von 4,57% ihrer Altersrente freuen. Die Diskussion darüber, ob diese Erhöhung zu hoch oder zu niedrig ist, will ich an dieser Stelle erst gar nicht führen. Fakt ist aber, dass auch die 5 Millionen Witwen und Witwer ebenfalls die Erhöhung bekommen. Aber dabei muss es nicht bleiben. Zusätzlich gibt es nämlich einen Extrazuschlag von stolzen 7,5% für Hinterbliebene, die zwischen 2001 und 2018 in den Ruhestand eingetreten sind. Einziger Haken, diesen Zuschlag gibt's nur dann, wenn der verstorbene Ehepartner keine eigene Rente bezogen hat. Wovon aber alle profitieren, der anrechnungsfreie Hinzuverdienst erhöht sich netto auf 1.038 Euro. Konkret bedeutet das für dich, wenn du brutto bis zu 1.730 Euro verdienst, kannst du dennoch deinen Rentenanspruch geltend machen. Hiervon werden in erster Linie Witwin und Witwer profitieren, die das reguläre Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben. Außerdem steigt der zusätzliche Kinderfreibetrag ebenfalls, konkret auf monatlich 220,19 Euro. Für die Einkommensanrechnung unterscheidet der Gesetzgeber zwischen zwei Fällen. Erstens bei denjenigen, die im letzten Jahr schon erwerbstätig waren und auch Einkommen erzielt haben. In diesem Fall spielt die Einkommenserhöhung in diesem Jahr keine Rolle, denn die deutsche Rentenversicherung berücksichtigt vorerst keine höheren Arbeitseinkommen. Es zählt also vorerst noch dein durchschnittlicher Verdienst des letzten Kalenderjahres brutto natürlich, also der von 2023. Der zweite Fall betrifft alle diejenigen, die eben im vergangenen Jahr nicht erwerbstätig waren. Bei dieser Gruppe wird das aktuelle Einkommen auf die hinterbliebenen Rente angerechnet und daraus würden sich für dich dann sogar Mitteilungspflichten ergeben. Wenn du also erst in diesem Jahr eine Beschäftigung aufgenommen hast, musst du dies der Deutschen Rentenversicherung anzeigen. Und wenn du dies versäumst, kann es unangenehme finanzielle Konsequenzen geben, denn dann wird deine hinterbliebenen Rente rückwirkend gemindert, was dann zu Rückforderungen von schlimmstenfalls mehreren tausend Euro führen kann. Und das willst du bestimmt nicht, oder? Und immer wieder hört man Diskussionen über die grundsätzliche Abschaffung der Witwenrente. Dies soll ja beispielsweise in der Schweiz ab 2026 peu a peu durchgesetzt werden. Klar würde auch hier die Abschaffung der hinterbliebenen Rente die eine oder andere Lücke im Bundeshaushalt ausgleichen, auch wenn eine solche Maßnahme durchweg als herzlos empfunden wird. Aber was spricht denn konkret gegen die Witwenrente? Nun, Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, was ein sperriger Titel, kritisiert, dass eine hinterbliebenen Rente eindeutig die Anreize reduziert, eine eigene Beschäftigung aufzunehmen. Außerdem würden so alleinverdienende Beitragszahler zur Finanzierung von Rentenansprüchen für nicht erwerbstätige Partner beitragen, die eben gar nicht selber ins Rentensystem einzahlen. Aber bevor du dich jetzt aufregst, etwaige Neuregelungen würden keine bestehenden Rentner betreffen. Nun ja, immerhin. Als Alternative schlug Frau Schnitzer übrigens das Rentensplitting vor, bei dem die während der Ehe erworbenen Rentenansprüche 50 zu 50 aufgeteilt werden. Glücklicherweise sprach sich die Ampelregierung klar für die hinterbliebenen Rente aus. Maßnahmen wie in der Schweiz bleiben uns also zumindest vorläufig erspart. Die Regulierung postuliert, die hinterbliebenen Rente ist sicher. Woher kommt dieser Spruch nur? Naja, über die Höhe wird ja auch hier nichts gesagt. Wie siehst du das? Sollte die Witwenrente modifiziert oder sogar ganz abgeschafft werden? Schreib mir doch deine Meinung einfach unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleib positiv, bleib produktiv, lass ein Like da und vor allem bleib gesund, dein Thomas Schneider. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.